Die Designer-Notes zum Patch 3.3 für Rainbow Six Siege wurden veröffentlicht und damit Hallihallo-Hallöle. So, an den Statistiken gehe ich mal komplett vorbei. Da kenne ich mich eigentlich überhaupt nicht aus. Ist nicht mein Feld, bin ich ganz ehrlich. Da denke ich mal, wird es viel interessanter mit den Schilden. Die wurden ja mit dem Patch zum Jahr 9 komplett reworked und man ist jetzt am Meinung nach ein bisschen zu stark geworden, so über die letzten drei Seasons. Und die sollen jetzt auch zur kommenden Season wohl auch wieder überarbeitet werden. Dann kommen wir auch schon zum Operator-Balancing. Und zwar, Iana, wenn ihr das Hologramm zerschießt, dauert das nicht mehr 30, sondern 20 Sekunden, sprich das Holo reduziert, bis ihr wieder ein neues Hologramm erstellen könnt. Dann haben wir einmal Jekyll, der wenn man ihn anschießt, da verliert er jetzt die visuelle Desorientierung. Wenn er in seiner Chem ist. Dann haben wir Kali, die trifft es sogar doppelt. Und zwar der erste Part ist erstmal, sie bekommt zusätzlich Smoke Grenade. Zum zweiten Part komme ich gleich. Dann haben wir Mosi, die Pest Launcher. Die werden von 3 auf 4 erhöht. Außerdem bekommt er auch noch zwei Impact Grenade, so wie es aussieht. Sprich, er kann jetzt noch schneller durch die Map hüpfen. Dann haben wir einmal Zero. Den spiele ich häufiger. Mich freut es ein bisschen. Die Kameras wurden von 4 auf 6 erhöht. Yes, würde ich. Also aus meiner Sicht, yes. Freut mich. Sophia verliert den Soft Breach und bekommt dafür den Hard Breach. Und dann der zweite Part, der Kali betrifft, ist, ihr kennt ja den Bullet Train, sprich, man sieht dann diesen weißen Strahl, wenn Kali schießt. Da wird das jetzt von 2 auf eine Sekunde herunter reduziert und nur um 75 Prozent wird das Ganze auch noch in der Sichtbarkeit reduziert. Mit anderen Worten, das wird jetzt schwerer zu erkennen sein. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euch am meisten betrifft, wo ihr sagt, ey, mein Operator, das finde ich gut oder finde ich schlecht oder was ihr allgemein von den Design-Announce haltet. Der Patch wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit, ich weiß nicht, ob sogar diese Woche, da ist jetzt noch kein Announcement bisher draußen oder irgendwie dann nächste Woche veröffentlicht. Wie gesagt, haut es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet.